Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Piecher. Wie werde ich beziehungsfähig, auch wenn ich viele traumatische Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe? Also Entwicklungstraumata und Beziehungsfähigkeit, geht das zusammen? Gibt es da Möglichkeiten? Wie gelingt mein Leben, auch wenn ich über Ersatzbeziehungen dann nachher hinkomme zu einer guten gelungenen Beziehung? Wenn ich für mich merke, dass ich beziehungseingeschränkt bin oder beziehungsunfähig bin, dass ich das noch nie gelernt habe zu Hause, dass zu Hause nur Beziehungsunfähigkeit war und meine Mutter mit uns Kindern nicht gut umgehen konnte, weil sie selber total überfordert war und selber eigentlich nur vermittelt hat, ich kann das nicht, mit euch in Beziehung zu treten. Lasst mich in Ruhe, ihr überfordert mich. Und der Vater war nie da und wenn er da war, war er betrunken oder schlecht gelaunt oder hat sich vor dem Fernseher versteckt. Es war keine Kommunikation gut möglich. Und wenn eine Kommunikation war, dann war die Kommunikation nicht wertschätzend oder sogar verletzend. Auf jeden Fall bin ich nie gesehen worden. Ich bin in meinen Bedürfnissen nie wahrgenommen worden. Und dann bin ich in die Pubertät gekommen und habe versucht, mit anderen Menschen Kontakt zu knüpfen und habe mir dann gedacht, ist das jetzt schon sexuelle Belästigung, wenn ich jemand anderen schön finde? Was geht da in mir ab? Was geht da im anderen ab? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Also die Unsicherheit geht weiter. Dann habe ich erste Beziehungen gehabt und die Beziehungen sind alle so geändert, dass mir der andere gesagt hat, du bist nicht so, wie ich dich haben will. Ich mag dich nur, wenn du so tust. Dann habe ich die nächsten Brüche in meiner Beziehung gehabt, wo ich mir denke, die mögen mich ja gar nicht um meiner Selbstwillen. Ich muss irgendwas vorspielen, damit ich gemocht werde. Also nächste Sache, die schiefgegangen ist. Also ganz früh, wo ich mich eigentlich noch unsicher verhalten habe, aber offen war, mich auf den anderen einzulassen, habe ich zack dann eben gemerkt, na, ich kann mich auf den anderen gar nicht einlassen. Dann war ich reifer, habe mich dann strukturiert auf andere Menschen, Freunde oder dann auch Partner, versucht einzulassen, habe immer wieder gemerkt, die Tür ist zu. Ich kann mich gar nicht mehr öffnen, weil ich schon so viel abgekriegt habe. Ich kann mich gar nicht mehr öffnen, weil ich gar nicht sicher bin, ob das überhaupt gut ankommt. Es kommt auch zu wenig zurück. So nach dem Motto, in, wie sagt man auf Österreichisch, nicht geschimpft ist, nur gelobt. Also nicht negative Äußerungen getätigt ist ausreichend Lob. Ich kriege kein Feedback. Ich weiß überhaupt nicht, darf ich so sein. Also ich spüre nichts. Und wenn ich dann auch offen dem Partner sage, ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich unsicher oder ich möchte da gern mit dir was entwickeln, kommt nichts zurück, weil der Partner vielleicht auch beziehungsunfähig ist und weil der auch gar nicht in der Lage ist, mit mir gemeinsam was entwickeln zu wollen, weil der auch überfordert ist, weil der auch gar keine Lust hat drauf. Also tausend Varianten. Also schließlich und endlich merke ich nach mehreren Versuchen, geht nicht. Also ich finde keinen Partner, der mir entspricht. Oder ich finde auch keine Freundschaften, keine Bekanntschaften, keinen guten Austausch, der mir entspricht. Also ich bin dann wirklich einsam. Wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, ist es sowieso unbefriedigend, weil ich da sofort hinein verschluckt werde in das Kind ich und ich dann wieder so fühle, das ist ganz furchtbar, wieder so fühle, wie ich damals als Kind fühlen musste und in diese Ohnmacht hineinkomme. Und ich merke dann, wenn ich wieder gehen darf und zu Hause, also gehen darf, wenn ich mich verabschieden und wieder draußen bin, merke ich, jetzt langsam taue ich wieder auf und wäre irgendwie wieder ein Mensch. Weil vorher war ich wie zurückgesaugt in ein unselbstständiges, ohnmächtiges Etwas, dass das selber gar nicht leben konnte, sondern das nur dauernd geschaut hat, wie tun die Eltern und wie muss ich leben. Was ich hier beschreibe, ist eine mehrschichtige, und das ist dann schon eine schwere, weil es so oft so viele Dinge schiefgegangen sind, eine mehrschichtige Entwicklungsdraumatisierung. Und dann kann diese Person durchaus eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben. Und ja, diese Person ist dann tatsächlich nicht beziehungsfähig, aufgrund von den vielen Entwicklungstraumata, die sie erlebt hat. Ein Angebot, das ich Ihnen machen kann, ich habe so einen Videokurs über die Entwicklungsstufen im Menschen gemacht, damit eine Entwicklungsphase gut gelingt. Zum Beispiel in der ersten Phase Urvertrauen oder eben Misstrauen. Und dann gibt es die nächste Phase Autonomie, Minenwertigkeit und so weiter. Das sind die Lebensphasen nach Eriksen. Und da habe ich einen Videokurs dazu gemacht, das nennt sich das Reife Ich. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu diesem Videokurs. Das kann recht wertvoll sein, da einige Dinge nachzuholen, um zu verstehen, was da alles schiefgegangen ist, warum ich jetzt tatsächlich nicht in der Lage bin, Beziehungen zu leben. Das ist so ein Baustein. Ein zweiter Baustein ist, auch zu schauen, wie kann ich diese Entwicklungstraumata bearbeiten. Dazu brauche ich eine Traumapsychotherapie, die ganz gezielt eingeht und mit mir sensibel hinschaut auf diese frühen Dinge, die massiv schiefgegangen sind, ohne mein Zutun. Ich war ohnmächtig, ich war ein Kind, was soll ich tun? Ich war ein Jugendlicher, ich habe noch nicht die Reife gehabt. Aber es ist so viel so schiefgegangen, dass ich jetzt als Erwachsener nicht in der Lage bin, da einen Weg zu finden, der das aushält, diese Frustrationen oder der längerfristig etwas durchhalten kann oder der in der Lage ist, sich zu distanzieren von emotionalen, intensiven Dingen, die mich belasten. Also das Entscheidende ist, ich versuche für mich, einen Weg zu finden, wie ich da durchkomme und dass ich sage, so, jetzt stehe ich da, ich mache Therapie, ich habe diese Entwicklungsphase nach Ericsson mehr durchgeackert, da habe ich einiges aufhauen können, einiges ist mir klar geworden, aber deshalb bin ich jetzt noch nicht beziehungsfähiger und ich habe trotz allem auch jetzt noch immer nicht das Vertrauen zu Menschen, auch weil es dann zu wenig gibt. Ich bin jetzt schon über 30 und da gibt es auch nicht so viele mehr, die überhaupt Beziehung leben wollen. Also ich bin auch jetzt deshalb schon einsam mehr, weil es gar nicht mehr so viel Angebot gibt am Markt wie mit 20. Das ist auch ein total ernstes Thema und über Partnerschaftsbörsen, vor allem wenn ich in die Faschen komme, ist das ja noch mehr zurückschreckend und abstoßend, wo ich mir denke, das ist ja ganz furchtbar. Also da habe ich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erhoffe. Was tun? Eine Variante ist, ganz langsam beziehungsfähig zu werden und ganz bescheiden zu starten mit Wegen, wie ich Beziehungsfähigkeit erlangen kann und wo ich einen Weg finde, wo ich sage, ja, das tut mir gut. Und ein guter Weg ist, zu schauen, bin ich ein Hundetyp oder ein Katzentyp und mir dann entweder, wenn ich ein Hundetyp bin, mir einen Hund anzuschaffen oder wenn ich ein Katzentyp bin, eine Katze. Die sind tatsächlich unterschiedlich, diese Typen. Der Hundetyp ist derjenige, der sagt, ich möchte auch was weitergeben. Mir ist auch wichtig, dass ich was vermitteln kann. Ich möchte auch gesehen werden, ich möchte auch wahrgenommen werden. Und da ist der Hund total der Richtige, weil der hört auf mich, den kann ich so gut erziehen, dass er total auf kleine Kleinigkeiten dann schon reagiert. Und das bestärkt mich in meinem Selbstwert, weil ich merke, okay, wir zwei spielen gut zusammen. Und dann entsteht wirklich eine gute Beziehung zwischen Hund und Mensch. Bei der Katze, die wird nie auf mich hören. Die kommt nur dann, wenn sie Lust hat. Und selbst wenn ich sie super dressiere, hört sie vielleicht ein bisschen drauf, aber das ist schon höchste Stufe. Ich sage jetzt, glaube ich, kann schon hobbymäßig lustig sein, aber ich werde wahrscheinlich eher von Hunden weniger enttäuscht werden. Wenn ich einen ruhigen Hund erwische, kann auch einen unruhigen Hund erwischen, dann ist es auch wieder härter, als wie von Katzen. Bei Katzen, wenn ich erwarte, dass Katzen auf mich hören, wenn Katzen mich sehen, vergiss es. Die Katze ist das Wertvolle in einer Beziehung und auch, dass ich beziehungsfähiger werde, dass ich nicht allein bin, dass ich merke, da ist jemand da, der einfach durch ihre Anwesenheit, durch ihre innere Ruhe, wo sie sich dann gemütlich wohin zusammenrollt und einfach genießt, dass ich auch durch die Katze genießen lerne, dass ich auch durch die Katze herunterkommen kann und merke, das tut so gut, einfach zu sein. Und ich kann die Katze streicheln, die lässt sich verwöhnen, die Katze, aber sie wird nicht so viel zurückgeben. Aber ich möchte, wenn es mir gut tut, jemand anderen zu verwöhnen, dann ist es super. Und das Schnurren, das beruhigt mich dann wieder und ich habe dann eben das tiefe Gefühl, ich kann was geben und ich kriege ihm das Schnurren zurück, zum Beispiel. Also, das sind so zwei Möglichkeiten, die ich tun kann, um da innerlich auch beziehungsfähiger zu werden. Aber bitte, das wäre meine therapeutische Empfehlung, bleiben Sie nicht dabei stehen. Wenn Sie dann schon zufrieden sind und sagen, so, ich habe jetzt eh meinen Hund, ich habe jetzt eh meine Katze, Menschen, mit denen bin ich eh fertig, will ich nicht weitermachen, bin froh, dass ich keinen Menschen in meinem Leben mehr habe, ich bin nicht mehr einsam, weil ich ein Tier habe, aber Menschen können immer gestohlen bleiben. Das wäre schade, weil dann komme ich nicht in den nächsten Entwicklungsschritt rein. Das Ziel, aus meiner Sicht, sollte schon sein, wenn ich eine Entwicklungstraumatherapie gemacht habe, dass ich schon beziehungsfähig wäre, auch für Menschen wieder und dass ich auch Menschen finde, auch in meinem Alter, auch wenn ich 40, 50 und 60 bin, dass ich wieder mit Menschen Beziehungen leben kann und dass ich auch Menschen finde, die auch Beziehungen leben wollen. Und das geht auch noch im hohen Alter. Ich bringe immer das Beispiel, die älteste Person, mit der ich eine intensive Beziehung begonnen habe, war 87 und war schon im Pflegeheim und die ist dadurch, dass wir eben dann miteinander intensiv begonnen haben zum Arbeiten und das dann auch total wirklich für diese Person total fruchtbar war, die hat ganz viel nachgeholt von der Kindheit weg. Also ich habe mit dieser 87-Jährigen eben Traumatherapie gemacht und wie die Traumatherapie fertig war und sie wirklich ganz in der Lage war, Beziehungen anzuknüpfen, ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer jungen Studentin zusammengezogen, die sie eben über die Uni gesucht hat, weil die war vorher im Pflegeheim, ist dann aus dem Pflegeheim ausgezogen und hat dann eben sich eine Studentin gesucht, um mit dieser Studentin eben einfach auch zusammenzuleben. Sie hat eben auch ein bisschen gesorgt für die alte Dame und die haben total gute Gespräche geführt. Das war total fein, dass da eben sie jetzt dann mit 89 bis 94, 95 dann eben mit jemandem noch in Beziehung leben konnte, was vorher nicht möglich gewesen wäre und das war für sie so heilsam, dass sie dann, wie sie mit 95 wirklich dann auch schon klapprig war und gesagt hat, na, jetzt ist es gut, dann wieder ins Pflegeheim gegangen ist. Aber sie lebt immer noch und total erfüllt und sagt, sie ist so zufrieden, jetzt kann sie wirklich sterben, weil sie das noch nachgeholt hat. Also es geht. Man muss halt auch schon, was noch geht und je älter man wird, desto weniger geht natürlich, ist eh klar, aber es geht total viel noch. Also Kopf hoch, sie sind beziehungsfähig. Das kann ich jetzt wirklich auch Ihnen so auf den Kopf zusagen, weil jeder Mensch ist beziehungsfähig, wenn er in der Lage ist, diesen Prozess zu machen. Das wird. Ich unterstütze Sie da auch gern. Sie können gern mit mir Kontakt aufnehmen und ich begleite Sie da ein Stück. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.